Ich kann zaubern, ich kann zaubern. Papa, ich kann zaubern. Wirklich, Püppchen? Oh, das ist ja toll. Ich zeige es dir. Hast du einen Hasen für mich? Nein, tut mir leid. Oh, ist nicht so schlimm. Wir nehmen einfach Gisbert. Abra da Barbara, weg ist das Häschen. Ups, es geht nur mit Zauberstab. Abra da Capra, weg ist das Häschen. Oh, gerade hat es noch funktioniert. Mit ein bisschen Übung klappt es bestimmt. Es ist ein ganz schwieriger Zauberspruch. Üb einfach noch ein bisschen. Ich hole mir einen Tee. Bin gleich wieder da, Püppchen. Abra, Kadabra. Schätzchen. Simsala, Kind. Ich sage es jetzt zum letzten Mal. Mach, dass die Mama sofort verschwindet. Das war aber nicht nett. Ich habe doch keine Zeit zum Spazierengehen. Verstehe. Ja, weißt du, Zaubern lernen ist ganz schön schwer. Das dauert eine Ewigkeit. Hast du deshalb deine Mama verschwinden lassen? Habe ich gar nicht. Ich habe nur gesagt... Du hast gesagt? Abra, Kadabra, Simsala, Kind. Oh, nein. Ich kann deine Mutter nirgends finden. Sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Euer Majestät, wissen Sie, wo die Königin ist? Ich kann sie nirgends finden. Mama! Mama! Wo bist du? Mama! Du bist nicht meine Mama. Was? Äh, nein. Ich bin der Premierminister. Mama! Sie ist verschwunden. Ich habe sie weggezaubert. Hast du schon alle gefragt? Der Gärtner! Du musst mir helfen! Schnell! Langsam, Prinzessin. Was ist denn passiert? Ich habe den Zauberspruch gesagt. Oh, hat es funktioniert? Ja. Wirklich? Oh, äh, gut. Nein, überhaupt nicht. Das ist schlecht. Ich habe meine Mama weggezaubert. Das wollte ich nicht. Aber ich war sauer und habe den Zauberspruch gesagt. Den weißt du? Abra, Kadabra, Simsala, Kind macht, dass die Mama sofort verschwindet. Und jetzt ist sie verschwunden. Und ich will sie wiederhaben. Aber nein, nein, nicht auch, Prinzessin. Das war doch kein wirklicher Zauber. Aber das war nur ein, ein Trick. Dann kannst du sie wieder zurückholen? Na ja, also ich, ähm, ich, ähm... Ich will meine Mama wieder! Weißt du was? Wir, wir, wir suchen sie einfach. Du hörst auf zu weinen und kichst. Aber Schatz, warum weinst du denn so? Mama! Du bist wieder da! Nun, ich wollte nicht mehr länger auf dich warten. Also bin ich allein spazieren gegangen. Und was machst du? Willst du uns deine Zaubertricks zeigen? Mhm. Sind da auch Kartentricks dabei? Mhm. Und lässt du auch Sachen verschwinden? Nein. Sachen verschwinden lassen ist viel zu einfach. Oh, meine Karotten. Hast du Karten für mich? Die brauche ich für meine Vorstellung. Und noch ein paar Ballons. Und ein paar weiße Taschentücher. Oh, und, und einen Tiger. Ja, ich weiß nicht mehr, 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 ich weiß nicht mehr